Wenn du eine Horneverkrümmung hast und bei diesem Sehtest hier durchfällst und da dickere, fettere Streifen siehst und einfach mal auf Pause drücken, mal deinen Kopf so ein bisschen bewegen und wenn die Striche da mitwandern, dann hast du definitiv eine Horneverkrümmung und ich möchte dir im heutigen Video zeigen, wie du diese Horneverkrümmung ein für alle Mal lösen kannst, wie du sie weg trainierst, dass sie auch dauerhaft weg bleibt. Wenn dir dieses Format gefällt, gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere gerne den Kanal. Solltest du Fragen zu diesem Thema haben oder auch andere Fragen haben, gerne unterhalb des Videos mal kommentieren, ich beantworte jeden Kommentar, ich freue mich darüber oder wenn ihr Videovorschläge habt, gerne auch dazu etwas reinschreiben. Wenn du diesen Test jetzt gerade gemacht hast und wahrscheinlich gemerkt hast, dass sich diese Striche da irgendwie mitbewegen oder das Video auch mal gerne pausiert hast und du gesehen hast, okay, die Striche bewandern sich mit, das habe ich nicht irgendwie animiert, dann wirst du in hundertprozentiger Sicherheit, dass du an einer Horneverkrümmung leidest. Alternativ habe ich dir hier auch nochmal einen anderen Sehtest vorbereitet, den kannst du mal kurz auch nochmal pausieren. Dort hast du vier verschiedene Kreise und diese Kreise, je nachdem, wo du eine Horneverkrümmung hast, sieht ein Kreis deutlich unterschiedlich aus, deutlich schärfer aus. Auch da mal den Vergleich, wenn du den Kopf ein bisschen neigst, wirst du merken, dass der Kreis plötzlich umspringt auf einen anderen, den du dann deutlich besser und schärfer siehst. Und es gibt genau drei beziehungsweise vier Schritte, die du einhalten solltest, um entsprechend deine Sehkraft zu verbessern, um deine Horneverkrümmung loszuwerden. Denn die Horneverkrümmung ist mit das einfachste und schnellste, was du beim Augentraining wirklich verbessern kannst. Wenn du eine genaue Schritt-für-Schritt-Einleitung generell haben möchtest für deine Augenprobleme, weil du beispielsweise noch eine Kurzsichtigkeit hast oder eine Weitsichtigkeit oder vielleicht auch ein schierendes Auge, unterhalb des Videos habe ich dir mal einen Link vorbereitet. Dort kannst du dich kostenlos zu meinem Workshop anmelden. Den halte ich regelmäßig. Dort kannst du dich einfach eintragen und mit mir gemeinsam in die Welt des Augentrainings starten. Ich nehme dich quasi mit an die Hand. Ich zeige dir von A bis Z, was du genau machen musst, wenn du eine Sehschwäche hast. Und ich zeige dir auch genau, was du machen musst für die jeweilige Sehschwäche. Was ist eigentlich überhaupt eine Horneverkrümmung und wie schaffe ich es dann überhaupt mit Augentrainings diese Horneverkrümmung zu lösen? Ich zeige dir jetzt mal hier ein Bild. Unser Auge hat ja mehrere Muskeln, sechs Stück an der Zahl, zwei Schräge und vier Geradeli. Zum einen zum natürlich von links nach rechts gucken, nach oben, nach unten. Natürlich auch können unsere Augen sich so ein bisschen schwanken. Und diese Muskeln haben je nachdem, wie man sie benutzt, eine Anspannung oder eben auch nicht eine Verspannung. Und es kann sein, dass je nachdem, wie dein Alltag so aussieht, dass einige Muskeln sehr angespannt sind. Das kann beispielsweise passieren, wenn man häufig vorm PC sitzt, häufig vorm Handy sitzt, sehr viel im Nahbereich ist. Dann kann es wirklich passieren, dass unsere Augen in gewisser Weise angespannt sind, verkrampfen oder auch zu locker sind. Und dadurch, du siehst ganz vorne, unser Augenmuskel geht bis rein in unsere Hornheit. Unsere Hornheit ist unser Schutzschild, wenn irgendwas ins Auge fliegt, dass unser Auge nicht sofort kaputt geht, sondern so ein bisschen uns schützt. Und das ist sozusagen der Grund, dass überhaupt eine Horneverkrümmung, wie der Name schon sagt, entstehen kann. Denn dadurch, dass etwas zu sehr zieht oder zu wenig, können dadurch Unregelmäßigkeiten in unserem Auge entstehen. Und ich weiß, einige Optiker sagen, halt, Moment, man kann seine Horne überhaupt nicht verändern, da hilft nur eine Brille. Es gibt ja auch sogenannte Nachtlinsen, die legt man sich auch nur auf die Hornhaut im Prinzip rein und dann formt die ja die über die Nacht gerade, über den Tag verteilt. Natürlich nimmt die Horneverkrümmung wieder zu, weil das eigentliche Problem ist ja da auch wieder gesagt nicht gelöst. Aber letztendlich zeigt ja trotzdem, dass es ein medizinisches Produkt gibt, welches auch unsere Hornhaut verändern kann. Also schaffen wir das mit Augentraining genauso. Und ich werde dir jetzt genau verraten, was du genau machen musst. Fangen wir aber nun zunächst an mit dem allerersten Schritt, beziehungsweise der zweite Schritt ist es ja, der erste Schritt war ja der Sehtest. Der zweite Schritt ist jetzt, dass wir unsere Augen erstmal lockern und entspannen. Dazu kannst du entweder einen Stift nehmen, ich nehme auch gerne meinen Daumen und bewege einfach mal den im großen Kreis. Du kannst einfach mal mit mir mitmachen, ja, und du siehst einfach, dass die Kreise, hoffentlich siehst du das, immer größer werden. Also ich habe klein angefangen, ja, und ich werde immer größer, also so, dass ich quasi irgendwann komplett am Rand bin. Mein Kopf bleibt gerade, nur meine Augen bewegen sich, ja, und wenn ich den Fokus nicht komplett von meinen Daumen verliere, dann drehen sich auch meine Augen schön im Kreis. Das kannst du jetzt mal machen, um deine Augen ein bisschen zu lockern, ja, die Augenmuskeln, die sind ein bisschen angespannt. Dadurch ist nämlich so eine Hornhautverkrümmung entstanden. Dann kannst du natürlich das Ganze auch nochmal in die andere Richtung machen, dass du quasi von klein anfängst und immer größere Kreise ziehst und dein Kopf bleibt, wie gesagt, schön gerade, nur die Augen verfolgen das. Da, wo du merkst, zum Beispiel hier und hier, also auf dieser Achse, oder vielleicht ist es bei dir auch hier unten und hier oben, also auf dieser Achse, hast du eine Hornhautverkrümmung, dann wirst du wahrscheinlich auch dort die dickeren Striche gesehen haben und das ist der erste Schritt, den wir gemacht haben. So als nächstes, das empfiehlt sich auch generell im Training, aber auch im Alltag, wenn man kein Augentraining macht, unsere Augen zu entspannen. Einfachster Trick ist natürlich, die Augen zu schließen. Im ersten Schritt passiert da natürlich erstmal gar nichts, denn letztendlich können unsere Augen sich durch diese ganzen Eindrücke, die wir gerade haben, nicht den Moment wirklich hundertprozentig entspannen. Die Entspannung würde viel zu lange dauern. Wir können das so ganz schlecht in unseren Alltag integrieren. Deswegen nehmen wir unsere beiden Hände dazu, reiben sie aneinander, dass da eine gewisse Hitze entsteht, denn Hitze entspannt unsere Augenmuskeln. Wir legen dann unsere Hände auf unsere geschlossenen Auge und versuchen nochmal tief ein- und auszuatmen. Die Hitze, die absorbieren unsere Augenmuskeln, sie entspannen sich dadurch und dadurch entsteht auch meistens auch eine bessere Sicht und unsere Augen sind eben nicht mehr so angestrengt und trocken, wie sie vielleicht vorher waren. Das kannst du wie gesagt machen, auch wenn du das Training regelmäßig nachmachst, denn auch Augentraining ist ja eine gewisse Art von Training und das kann auch sein, dass es da zu Anspannungen kommt und zu Überanstrengungen von dem Auge. Deswegen solltest du da entsprechend häufig auch Pausen machen in Form beispielsweise dieser Entspannungsmethode. Also sind wir jetzt schon beim dritten Schritt angelangt. Wir versuchen jetzt mit unserer Daumenübung unsere Sehkraft zu verbessern. Dazu nutzen wir einfach einen ganz geringen Abstand, also von ganz fern zu ganz nah, ja, und wir versuchen den Abstand wirklich so gering wie möglich zu halten. Also ich nehme meistens entweder eine Hand oder du kannst auch, wenn du ganz krass bist, zwei Finger nur nehmen, dann hast du wirklich einen ganz, ganz nahen Abstand. Du solltest so einigermaßen mit beiden Augen noch deine Daumenspitze scharf sehen. Du kannst natürlich auch einen Stift oder sonstiges nehmen mit einem kleinen Text drauf, ja, dass du immer den Fokus auf diesen Punkt hast und du solltest darauf achten, dass du nicht im Laufe des Trainings immer weiter nach hinten gehst, sondern dieser Abstand sollte auch wirklich bleiben. Wie gesagt, du kannst auch mit der ganzen Hand das machen, das ist gar kein Problem. Aber der Abstand sollte, wie gesagt, nicht größer sein als diese Handfläche, also der sollte wirklich recht nah sein und dann solltest du versuchen, einigermaßen den Punkt vor dir scharf zu sehen. Und ich mache das jetzt mal direkt vor. Wie gesagt, du kannst direkt mitmachen. Ich gehe jetzt nämlich jede Achse einmal entlang, so weit es geht. Der Kopf bleibt gerade und ich versuche wirklich, so weit es geht, so richtig, dass es wehtut quasi, in die äußersten Regionen meines Sichtfelds, ja. Ich versuche, so weit es geht, du siehst, ich versuche hier auch mal ein bisschen, das noch weiter zu strecken, so weit es eben geht, geh dann langsam wieder zur Ausgangsposition. Während du das machst, kannst du auch ein bisschen auf deine Atmung achten, ja. Einatmen, wenn du nach oben gehst, kurz halten, ausatmen, ja, nach unten wieder. Und so entspannst du quasi zusätzlich deine Augenmuskeln, weil du den Druck sozusagen runter nimmst vor deinen Augenmuskeln. Und wir machen das jetzt auch mal, wie gesagt, schön jede Richtung, jede Achse einmal entlang. und du merkst beispielsweise, in einigen Richtungen geht es besonders einfach und in anderen, da zwickt uns, zwickt es ja ein bisschen und dann weißt du, dass genau da die Verspannung ist, die wir lösen wollen. Denn wir haben ja gelernt, die Augenmuskeln sind in gewissen Regionen verspannt und sie drücken dadurch zu sehr auf unsere Hornhaut und dadurch versuchen wir jetzt quasi, diese Muskeln zu entspannen und dann zieht sich die Hornhaut wieder schön glatt, ja. Wenn wir das gemacht haben, auch da kannst du wieder den Zwischenschritt einsetzen mit der Entspannungstechnik. Wenn du das jetzt geschafft hast und du schon merkst, okay, deine Augen sind total fit, ja, sind total rund, das kannst du nach zwei, drei Tagen trainieren, mal probieren, dass du dann merkst, okay, nach dem zweiten oder dritten Tag, okay, das geht ja jetzt total einfach in jede Richtung, das ist ja super easy, dann machen wir den letzten Schritt. Und den würde ich auch wirklich erst dann empfehlen, wenn du genau das gerade eben, was ich beschrieben habe, erreicht hast, dass es alle andere super easy geht. Weil wenn du jetzt diese Übung machst mit dem tibetischen Rad, da hinten steht es übrigens, dann ist es natürlich sehr anstrengend für unsere Augen und das ist wie gesagt nicht förderlich, unsere Augen zu überanstrengen. Der letzte Schritt würde nicht sein, ich bläste hier auch nochmal in groß ein, diese Sehtafel zu nutzen, indem wir unsere Nase direkt an den weißen mittleren Punkt ansetzen. Also auch wieder ein ganz, ganz naher Abstand und das schaffe ich tatsächlich selbst mit trainierten Augen nicht auf Anhieb alles einmal vorzumachen, deswegen werde ich sie jetzt nochmal ganz kurz erklären, denn wir versuchen auch den Abstand wieder absolut zu minimieren, so richtig nah und gehen dann langsam nach oben über diese einzelnen Balken, versuchen auch oben wieder zu bleiben und machen das gleiche wie ich gerade eben auch in jeder Achse, von oben nach unten und von links nach rechts. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du schon mal sehr, sehr gut. Aber das war es noch nicht, denn das Letzte, was du machen musst, ist einmal Luft holen und dann die ganzen äußeren Punkte einmal anzufokussieren, auch mal gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn du das dann regelmäßig machst, roundabout, so eine Woche sollte der ganze Prozess dauern. Vom Anfang über das Tibetische Rad regelmäßig auch das wiederholen, dann würdest du ein bis maximal zwei Wochen es schaffen, deine Sehkraft deutlich zu verbessern. Vielleicht hast du auch jetzt schon deine Sehkraft deutlich verbessern können. Ich blende es dir nochmal ein oder spule auch gerne nochmal zurück auf die erste Sehtafel, denn da hast du definitiv den Vergleich, dass ich nichts verändert habe an dieser Sehtafel und die Striche jetzt weg sind oder deutlich weniger geworden sind. Wenn es bei dir funktioniert hat, würde es mich gerne interessieren. Schreib es gerne unterhalb der Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib auch gerne einen Daumen nach oben. Es freut mich sehr, das zu sehen. Ansonsten auch gerne den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn du eine Schritt-für-Schritt-Andeutung haben möchtest, dann gerne auch unterhalb des Videos nochmal gucken. Dort habe ich dir einen Link zur Verfügung gestellt. Dort kannst du dich kostenlos zu meinem Workshop anmelden. Den halte ich regelmäßig ab. Dort kannst du dich, wie gesagt, einfach mal einen Termin aussuchen. Dort werden wir auch von A bis Z alles vom Augentraining einmal ganz genau analysieren, wie das Augentraining funktioniert, wie du davon profitieren kannst, welche Übungen man machen sollte. Wir machen auch gemeinsam ein paar Übungen und wir machen auch eine große Fahrgerunde. Also wenn dich das interessiert, melde dich gerne an und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.